Musik Musik Der einen Bizeps hat, der so groß ist, wie die Rolle spielt. der von Arnold zu besten ist. DJ Ötzi, wie ist die Stimmung vor dem Rathaus? Thomas, Wahnsinn, Wahnsinn, ich sage es dir, die Fitnessaufstadt der Steiermarkstein, die Führung, die Stimmung in der Gemeinschaft, alle Interländer, die Gemeinschaft uns geholfen, Charlie Terrell hat uns geholfen, alle Interländer, Freunde, es ist alles hier, ich hätte es mir nicht benachst, aber ich bin, und da hinten, Thomas, ich hoffe, die Achtungsinterländer sind jetzt drüben, jetzt kommen wir zum Essen, aber noch mal hier am Hauptplatz. Wahnsinn, 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 also ich freue mich schon und ich bin noch sehr, sehr gespannt, Thomas, ob du nach Berlin fahren musst, ob du da oben auch eine Rede halten musst, beziehungsweise auch ein bisschen an Spaß reinbringst, weil die haben es wirklich jetzt schwer. Noch weiß ich es noch nicht, also schau mal, wie wir müssen, Thomas. Da bin ich auch gespannt, also Spaß im Bundestag wäre was Neues, aber noch habe ich ja meine Chance, es nicht tun zu müssen, denn unsere Frage, gibt es einen Bizeps, der an und vor. Ich hoffe, dass wir junge Männer in der Halle haben, die zumindest in die Richtung kommen, hier ist mein Maßband, okay, und jetzt schauen wir mal, ist jemand da oder ist niemand da? Bitte ein Marsch der Modellathleten aus Graz. Oh, Servus, 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 oh. Valerie, I need your help. Ei, 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 Mensch, eine zarte Pflanze, guck mal, da ist der Bizeps größer als dein Hintern, Mensch, guck mal, das ist hier mein. Da ist es ernst. Da ist es, look, da ist es, look, da ist es, look. Ja, 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 aber, also pass mal auf, das ist alles, alles, es geht ja angespannt, also der spannt ja an im Wettkampf, also Umfang, auf die, du machst, wie oft Bodybuilding in der Woche? Ich bin Bankdrücker. Du bist Drucker und? Ich bin Bankdrücker, ja. Bankdrücker, also das ist ja nicht Workout, sondern das ist, glaubst du, also der Bizeps, oh, sag mal, wird im Messen, okay, okay, alles klar. Mal sehen. Einmal anfassen. Oh, 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 oh. Das ist, andersrum, warte mal, andersrum, die Amerikaner, ja, ihr habt ja eure eigenartigen Feet, ihr wisst ja alles in Feet und nicht in Bizeps, so, also, wie viel haben wir hier? Das ist 49. Spannend, dramatisch. 49. Ich wäre froh. Noch einmal hier. 49. Punkt. Okay, gib nochmal Gas. 46. 46. 46. Okay, jetzt. 50 muss es sein. 50 muss her. Oh mein Gott. 51. 51. 51. Ich bin ein geschlagener Mann, aber... 51. Oh oh. Ah, guck mal. 50. 50. Also, 2. 50. 50. Steirer, der noch viel mehr geboten hat als... Ich muss es sein. 50er muss her. Oh mein Gott. 51. ...Wieder eine Sternstunde fürs steirische Selbstbewusstsein. Der Muskelmann kam, sah und siegte. Mama nicht schlecht, als sie gar 51 Zentimeter bestätigte. Um einen ganzen Zentimeter mehr, als Arnie es in seiner besten Zeit als Mr. Universum hatte. Und er ist schon ein würdiger Nachfolger für Arnold Schwarzenegger, der Leobner Jörg Kapfer. 112 Kilo schwer, 32 Jahre jung und hat einen soeben verifizierten Bizeps-Umfang von 51 Zentimetern. Wie schaut es aus, Herr Kapfer? Seit wann trainieren Sie und wie kommen Sie auf einen Zentimeter mehr, als es Arnold je hatte? Ich trainiere jetzt seit 15 Jahren. Immer hart und konsequent eigentlich. Das ist das Wichtigste in jeder Sportart. Wie ich auf mehr komme, wie der Arnold Schwarzenegger. Vielleicht hat der Arnold zu früh schon aufgehört. Vielleicht hätte er noch mehr geschafft. Ich will halt weiter trainieren, dass es noch weiter bergauf geht. Sie sind dreifacher Bodybuilding-Staatsmeister. Sie sind Weltmeister in Ihrer Karriereleiter. Vielleicht eine Rolle in Hollywood? Würde ich auf keinen Fall ablehnen, wenn mir eine angeboten wird. Wenn ich bei der Europameisterschaft starte und bei der Weltmeisterschaft im Bodybuilding. Jeder Mensch, Mann wie Frau, hat seine Problemzone. Was ist Ihre Problemzone? Meine Problemzone war jahrelang, jetzt werden Sie lachen, der Bizeps. Der Bizeps, mit dem war ich nie zufrieden. Er war immer zu klein, hat nie die Form gehabt, die ich mir vorgestellt habe. Jetzt wird er anscheinend zur Stärke, wie es ausschaut. Wenn es sich mir angesichts dieser Muskelpakete aufdrängt, das Kleider von der Stange können Sie nicht kaufen. Sehr schwer, sehr schwer für mich. Es braucht immer sehr viel Zeit, bis ich mir etwas finde. Ich schaue halt immer, ab und zu gibt es so Größen, 4x XL, das ist sehr selten. Ich schaue es mit Format. Ich schaue es mit Format. Wie landet wird mit Format. Gabrielleidiin. Ich forscht es mit Format.